Ich habe dem einen 78 und 3 gekauft. Oh fuck, ich habe den 4 gekauft. Oh, so sehe ich. Bitte nicht smoke, okay? Ja, ich habe auch den X7 gekauft. Ja, dann geh du oben in die Ecke da links. Das denken die nicht. Ja gut, wenn die da direkt pushen, finde ich schwierig. Oh, nice. You are on fire, bro. Yeah. Oh shit. Oh shit.